Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Minecraft. Und wie bereits in der letzten Folge angesprochen, fangen wir heute mit dem Bau unseres Bahnhofs an. Ich will ihn nicht direkt hier hinter haben, deswegen würde ich sagen, bauen wir ihn praktisch etwas weiter weg hier. Vielleicht hier so hin, ist eigentlich ganz okay. Und ja, ich möchte einfach hier vielleicht zwei Gleise hinhaben, bei denen wir dann einfach ankommen. Oder wir sagen, eins führt her und eins geht zurück. Da müssten wir mal gucken, ob das alles so funktioniert. Ich habe mir jetzt auch gar keinen Plan weitergemacht, wie ich den gestalten möchte. Ich muss nur aufpassen, dass wir hier ungefähr die richtige Länge finden. Düm, 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 düm. Perfekt. So. Und genau. Dann bauen wir den heute. Natürlich habe ich mir ein kleines bisschen was überlegt. So spontan würde ich jetzt meinen, wenn der Bahnhof soweit fertig ist, bekommt er auf jeden Fall ein Glasdach. Das denke ich mir, sieht ganz gut aus. Ich will mal gucken, ob wir denn noch ein bisschen Glas haben. Ja, wow, eins. Können wir uns denn mal eine Schaufel craften? Das geht nicht, du hast keine Stöcke. So. Weil wir das jetzt so machen. Ich baue jetzt hier einfach ein bisschen Sand ab. Weil dann kann der Ofen oder die Öfen, müssen wir mal gucken, ob wir Weide benutzen, dann können die den Sand praktisch schon verarbeiten, während wir uns um die, ähm, um das Grundgerüst des Bahnhofs kümmern. So. 24. Wir bauen einfach so um die 50 ab. Das geht ja hier schnell. Wir haben ja genug Ressourcen. So, da ist die eine Schaufel auch schon kaputt. Und jetzt haben wir 60. Ich denke, dass das fast reichen soll. Oder reichen wird. Ähm. So. Wunderbar. Und dann kann er hier loslegen und wir können uns in Ruhe auf... auf... Habe ich denn zufällig eine Axt? Nein, hast du nicht. Okay, alles klar. Ich nehme mal zwei Äxte mit. Einfach vorsichtshalber, falls wir... Ähm... Also ihr seht, wir haben jetzt noch 62 Birkendinger. Und... Der verbraucht ja hier wahrscheinlich nicht das Ganze, aber dann können wir halt notfalls, ähm, auf jeden Fall... Na, dann können wir auf jeden Fall gleich ein paar Baumstämme hauen. So. Ist natürlich alles ein bisschen... Komisch. Ich will jetzt aber hier nicht tausend Treppen hinbauen, dass wir hier... So. So. Und dann würde ich sagen, dann grenzen wir das nämlich hier ab. So. Und dann geht hier praktisch eine Schiene lang. Und hier in der Mitte eine Schiene lang. Okay, dann hätten wir das auch anders machen können. So, dann bauen wir hier jeweils einen Zaun hin. Ja, das klingt gut. Und dann können wir loslegen. Jetzt baue ich hier sowas praktisch wie so Trennsäulen hin. Bei manchen Bahnhöfen ist das ja, dass man halt zwischen diesen Säulen praktisch Sitzgelegenheiten hatten. Die werden wir auch jetzt hinbauen. Wie gesagt, ich mache das alles spontan. Ich habe mir gar hier, ich nehme jetzt einfach hier, wir haben glaube ich noch ein paar. Zwei. Okay. Zwei. Sechse. Sechs müssten reichen. Und dann haben wir ein kleines Bahnhofsgebäude. Müssen wir halt wie gesagt gucken. Und hier machen wir einfach so. Dann kann man sich halt hier hinsetzen. Dann komme ich noch ein paar Fackeln hin. Und dann sollte das eigentlich reichen. Wie haben wir denn angefangen? Okay, dann machen wir das halt so. Dann brauchen wir eins, zwei, drei, vier. Okay, den nehmen wir mal weg. So. Eins, zwei, drei, vier. Also fünf, fünf, äh, hier so Zaunteile. Eigentlich sechs. Mal gucken. So. Dann können wir auch hier jetzt endlich den Zaun richtig machen. Sieht zwar jetzt komisch aus, aber naja gut. So ist es halt. Und, ähm, ja. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Sehr schön. Das heißt, wir können hier wirklich, ne, lang. Das sieht gut aus. Jetzt will ich mal gucken. Das klappt gut. So. So. Und. Okay, das war nicht so. Dann haben wir jetzt hier praktisch die Fackeln. Jawohl. Und dazwischen kommen jetzt dann die Fackeln. Davon haben wir ja zum Glück genug. Und. Dann kleiden wir das hier praktisch alles hier oben mit Glas aus. Ich hoffe, es reichen 60 mal. Ich befürchte schon das Schlimmste. Ähm. Ja. So. Na, falls jemand noch wartet vor dem Bahnhof. Da kannst du eine rauchen. So. Dann schauen wir mal nach, wie weit denn unser Ofen ist. Sehr schön. 49 haben wir schon. 41 haben wir schon. 41, die nehmen wir auch schon mal mit. Und kleiden das dann damit aus. Beziehungsweise fangen schon mal an. Hier einfach dazwischen erst mal. Sehr schön. So sollte das sein. So wollte ich das haben. Guckt euch das an. Also 60 würden locker reichen. Denke ich doch. So, dann müssen wir nur noch ein paar Birken nehmen. Dann können wir den Rand noch hier ein bisschen verbessern. Ähm. Das machen wir jetzt mal gleich. Denn der Ofen wird noch nicht fertig sein. So. Prima. Das klappt super. Und wir werden uns heute noch im Laufe der Folge einen anderen Garten bauen, den ich schon oft gesehen habe. Und den man hier auch bei Dörfern sieht. Ich möchte mal gucken inwieweit das vielleicht effektiv ist. Und das sehen wir dann gleich, wenn wir hier fertig sind. Ich mache wieder 20. Dann haben wir immer ein bisschen Holz auf Vorrat. Denn 64 mal Holz ist ganz okay. So. Ach guck mal, haben wir sogar ein bisschen mehr bekommen. So. Und dann geht's los. Mit dem letzten Schritt beziehungsweise mit den vorletzten müssen wir ja noch hier dann praktisch das Glas zu Ende setzen. Das war ein bisschen zu schnell gedrückt, aber ist ja nicht schlimm. Sehr gut. Na, das schaut doch schon mal gut aus. Wunderbar. Gefällt mir. So. Genau. Der andere Garten, den ich gerne mit euch bauen möchte, der sieht folgendermaßen aus. Haben wir denn was zum Pflanzen hier? Ja, wir hätten diese Süßbären und wir haben hier oben nein, nicht den Kürbis. Die Samen. Oh, er ist fertig. Sehr schön. Dann machen wir das doch ganz anders. Wir könnten uns natürlich auch einen Weg hinbauen, ne? Das werden wir wahrscheinlich noch machen, aber das machen wir später. So, wir haben 19 Stück. So. Oh, das wird nicht reichen. Wie viel brauchen wir denn noch? Sechs. Sechs Mal brauchen wir also noch. Aber das ist auch nicht das Problem. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. So. Prima. Gut, gut, gut. So, den schmeißen wir noch schnell hier rein. und dann geht's los. Achso, ähm, ich brauche eine Spitzhacke. Die bauen wir aus. Äh, ne, wie heißt das? Eine Steinhacke. Okay, alles klar. Damit wir die Erde bearbeiten können. und zwar sieht das folgendermaßen aus. So. Und so. Und vielleicht, wenn das sogar besser aussieht, werden wir das dann werden wir noch ein paar mehr bauen. Jetzt muss ich mal gucken. Hier kommt Wasser rein. Dann kann man da und da bepflanzen. Dann kommt hier Wasser rein. Genau. So. Und so. Man könnte natürlich jetzt sagen, wir bauen den halt hier so groß. Was meint ihr? Wollen wir das so lassen? Wir könnten jetzt rein. Oder wir machen es so. Ist das richtig? Ja. Wir müssen ja hier immer aufpassen, nicht, dass hier mal irgendwas durchkommt. So. Du einsames Stück Erde. So. Gut. Ähm. Ja, dann würde ich sagen. Mach doch nicht sowas. So. So. Jetzt muss ich natürlich gucken, ob man das hier so hinpflanzen kann. Nee, kann man nicht. Okay. Und dann hole ich mal schnell die drei Eimer. Und dann geht's los. So. Was ich auch gerne mal dann austesten möchte, wie sich das denn mit diesen Schildkröten verhält. Ähm. Man kann ja Schildkröten züchten. Die Frage ist a. Wie bekommen wir Schildkröten? b. Wo bekommen wir Schildkröten? Und c. Wie kriegen wir die gezüchtet? Das ist die Frage aller Fragen. Aber ich meine, wir haben hier so viel Wasser. Da sollte ja irgendwo mal eine Schildkröte vorbeikommen. Beziehungsweise am alten Haus wissen wir ja, dass, ähm, da viele Sachen rumgeschwommen sind. Und ich weiß jetzt aber nicht, ob da Schildkröten dabei waren. Was ist denn hier los? Hier reichen keine drei, okay? Dann halt nicht. So. Und schon haben wir hier unser kleines Gärtchen. Und ich würde sagen, wir haben ja 21 von diesen Sträuchern hier. Ähm, man kann sie essen. Irgendwie. Aber, damit uns hier keiner durchläuft. Noch sind sie klein, aber sie sollen ja auch wachsen. Von daher, ähm, ja, schauen wir einfach mal, ob das so klappt, wie wir uns das denken. So. Der hier ist fertig. Prima. Dann können wir noch den Bahnhof zu Ende bauen. und schon ist unser Bahnhof und schon ist unser Bahnhof fertig. Und, ähm, ich würde gerne diesem Bahnhof ein Schild verpassen. Jetzt muss ich mal gucken, ob, ob, beziehungsweise wie das funktioniert. Ich glaube, wir bauen uns hier noch auch auf jeden Fall Schalter hin, weil, so, jetzt muss ich mal gucken, hier hinten, gibt es die Möglichkeit, ach, die Jukebox, Schild, hier haben wir es doch. So, Birkenschild. haben wir jetzt drei Stück. Und dann kriegt der, ähm, hier, das ist gleich eins, und, ähm, ups, da war ich etwas zu schnell. Ich muss mal kurz gucken. Der geht also weg vom Bahnhof und das ist gleich zwei. Der geht hin zum Bahnhof. Ähm, hoch. So, gleich zwei hin zum Bahnhof und gleich eins weg vom Bahnhof. Und wir nennen ihn den LO-TV ABF Hauptbahnhof. Schreibt man groß. Hauptbahnhof. Den Ordinator-TV Hauptbahnhof. Damit gleich jeder weiß, okay. Sehr schön. Oh, es wächst und gedeiht. Jetzt machen wir noch eine Kleinigkeit, bevor wir hier zum Folgenende kommen. Und zwar, Fackeln. Da fackel ich nicht lange. Boah, das war so ein schlechter Witz. So. So. Der Ordinator-Hauptbahnhof hat also geöffnet. So. Und hier können wir zwei hin machen. Das ist schon mal gut. Und dann machen wir hier einfach nochmal. sehr schön. Obwohl wir hätten auch so machen können, ne? So. Und so. Gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge. Ja. Sehr schön. Er wächst und gedeiht. Wächst es da hinten auch? Ja. Super. In der nächsten Folge werden wir dann langsam, aber sicher noch ein bisschen Eisen sammeln. Und ich muss mal gucken, dass wir dann recht zeitnah auch wieder an Eisen kommen, dass wir dann unser Vorhaben mit dem äh, was wollte ich denn jetzt machen? Achso. Dass wir unser Vorhaben, die Eisenbahn zu bauen, beziehungsweise die Lore in die Tat umsetzen können. sehr schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao. Bis dahin. Bis dahin.